Berge und Wasser, das ist eine geile Kombination einfach. Wir sind heute am Plansee. Tirols zweitgrößter See und den umrunden wir jetzt mal. Im Internet findet man ganz unterschiedliche Beschreibungen von toller Steig durch den Wald bis hin zu Forstweg-Autobahn. Wir testen heute mal und schauen uns das an. Ja, leider stimmt es, was wir im Internet gelesen haben, dass der ehemals geile Wandersteig hier um den See mittlerweile eine Sopperpiste geworden ist. Ja, so kann man schönen Wanderweg auch kaputt machen. Wir haben für uns jetzt auch die Feststellung getroffen, wofür diese Schotter-Autobahn hier gut ist, wenn wir das nächste Mal hier vorbeikommen und Lust zu Joggen haben. Nehmen wir das als Joggingstrecke, einmal um den See joggen. Da freut man sich, wenn man einfache Forstwege hat. Ja, weil der Ausblick ist ja schon blau. So, nach einer Stunde und ca. 5 Kilometern sind wir jetzt hier in der Stadt. Wir sind hier am Strandkiosk beim Hotel Forelle. Ja, das ist jetzt die eine Seeseite, haben wir fast durch und da vorne wechseln wir dann auf die andere Seeseite, in der Hoffnung, dass der Weg ein bisschen spannender wird. Der Weg hat sich maßgeblich gebessert. Kein wilder Steig, aber direkt am Wasser und ein bisschen Wanderweg-ähnlich, also ja. Mein Wanderherz ist wieder versöhnt, also dieser Streckenabschnitt ist natürlich hier. So wie man sich so eine schöne Bergseerunde auch vorstellt. Toll. Ich habe eigentlich schon mal gesagt, dass ich so Wandern am Wasser und speziell an Seen total mag. Trotzdem tolle Umgebung, bis auf diese knatternden, idiotischen Moped-Fahrern. Wir haben jetzt gut 10 Kilometer hinterher und ich glaube der schöne Weg ist vorbei. Jetzt geht es so weiter und es fängt auch gerade im Moment leichtes Regnen an. Das passt auch irgendwie zu diesem Spazierweg hier und farblich fast schon zum See. Ich bin dann doch überrascht, wie es schnellt sich hier. Wir werden hier die Wege verändern vom breiten Schotterweg in den Minuten hier direkt wunderschön am See entlang. Und mal kurz Stille. Ich höre keinen knatternden Motorfahrer. Wir stehen jetzt genau zwischen dem Klaren See hinter mir und dem Heiterwanger See. Die letzten Kilometer bis zur Seespitze, unser Ausgangspunkt, der Weg, zumindest keine weite Forzstraße. Ein gemütlicher Kiesweg, da kann man schon mal schön über den See gucken, ist okay. Ja, also die Route hat 14 Kilometer, 250 Höhenmeter. Ja, der See ist sehr schön, toll gelegen, tolle Farbe, vier von fünf Sternen der Weg. Also gut die Hälfte des Weges sind eher richtige Forstautobahnen, überhaupt nicht schön im Sinne Wanderweg. Etwa die Hälfte sind dann doch schon ganz schöne Wege hier am Ufer. Das heißt, die Wege eher so zwei von fünf Sternen in Summe, aber tolle Spazierrunde um den See, einen halben Tag, toll. Das heißt, die Wege der See, einen halben Tag, tollen Tag, tollen Tag, tollen Tag, tollen Tag. Das heißt, die Wege der See, einen halben Tag, tollen 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 Tag